Besser isser! WernerTV! Damit du weißt, was Bescheid ist! Sag ich doch! Ich kam hier gerade in die Nachricht rein und zwar lese ich hier gerade nach bestätigten Meldungen fängt das Werner Rennen zwischen 30. August und 2. September in Hartenholm an. Tickets gibt es bei Medaltix und zwar fix. Leute, es kesselt wieder! Werner-Renn.de Der grüßig-schnaller seit Ben Huer!